Zeit in Donnerstag und Freitag er dabei haben unter anderem dabei am Donnerstag Dragon Age 2 nicht hört dann aber auch noch Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville und Brunswick Bowling sogar Brunswick Pro Bowling für die 360 und am Freitag erscheint noch Youstar 2 in the motion das hat sie an Marco und Monster Jam Vater Zerstörung für den DS ja und was sagt uns das? ein schöner Titel den uns vielleicht alle gefällt insgesamt bis auf Dragon Age ist ein Schrott dabei da kommt aber noch einiges raus einige minderwertige Spiele für knapp 20 Euro die ich aber nicht erwähnen möchte weil das eigentlich nur Neuauflagen sind die man da gerne nochmal zur Kasse bittet gut gibt es sonst noch was Marco was man jetzt noch sagen könnte? äh äh gut dann beenden wir den heutigen Podcast und oder hören uns dann nächste Woche wieder zu einem neuen Thema hier bei nextcast.de tschö tschö oder bei iplay-tv.de genau oder bei www.zockerstation.com genau dankeschön in diesem Sinne tschö 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 Bis zum nächsten Mal.